Der Tolino Vision 2. Digitales Lesen weitergedacht. Perfekte Handlichkeit und höchster Lesekomfort. Der Tolino Vision 2 setzt neue Maßstäbe. Er ist ultraflach, federleicht und liegt bequem in der Hand. Der praktische neue Wasserschutz sorgt dank spezieller Nanobeschichtung für sorgenfreies und entspanntes Lesen. Egal ob auf der Couch, am Strand oder in der Badewanne. Selbst wenn Ihnen der Tolino Vision 2 versehentlich ins Badewasser fällt, Ihr E-Book können Sie problemlos weiter genießen. Wie wäre es, wenn Sie beim Lesen immer eine Hand frei hätten? Die revolutionäre Blätterfunktion des Tolino Vision 2 heißt Tap to Flip. Wir nennen sie aber auch genial einfach. Statt umständlicher Bedienknöpfe blättern Sie bequem durch leichtes Antippen der Rückseite die Seiten um. Das ist besonders praktisch, wenn Sie gerne im Liegen lesen. Ob zu Hause, auf der Couch oder draußen im Park, das brillante E-Ink-Karta-Display mit exzellentem Schwarz-Weiß-Kontrast bietet auch bei direktem Sonnenlicht einen uneingeschränkten Lesegenuss. Augenschonend und ohne lästige Spiegelungen. Dank des zuschaltbaren Leselichts können Sie Ihre E-Books auch im Dunkeln genießen. Die reflektionsfreie Beleuchtung des 6 Zoll Displays ist dabei stufenlos anpassbar. Als Spitzenreader sind für den Tolino Vision 2 eine Vielzahl wichtiger Grundfunktionen eine absolute Selbstverständlichkeit. Die vielen hilfreichen Zusatzfunktionen runden das Leistungspaket des Tolino Vision 2 ab und machen ihn damit zum perfekten E-Reader für alle, die keine Lust auf Kompromisse haben. Legen Sie individuelle Sammlungen an und ordnen Sie Ihre E-Books nach Lust und Laune. Schlagen Sie unbekannte Worte blitzschnell nach oder lassen Sie sich die Bedeutung von Fremdwörtern direkt anzeigen. Do you speak English? Stellen Sie die Sprache der Benutzeroberfläche einfach auf Englisch um oder eine andere von insgesamt sieben Sprachen. Dank des offenen Systems des Tolino Vision 2 können Sie die gängigen E-Book-Standardformate mit und ohne Kopierschutz verwenden. Übrigens auch die, die Sie in öffentlichen Leihbibliotheken geliehen haben. Sie kaufen Ihre Titel bei unterschiedlichen Tolino Partnern? Kein Problem. Verbinden Sie Ihre Bibliotheken einfach mit der innovativen Tolino Bibliothek-Verknüpfung und haben Sie so all Ihre gekauften E-Books jederzeit auf einen Blick verfügbar. Gibt's nicht? Gibt es nicht. Im integrierten E-Book-Shop warten über eine Million Titel auf Sie, die Sie via WLAN und unterwegs an über 40.000 Telekom-Hotspots jederzeit erreichen. Der kostenlose Zugang zur Tolino Cloud bietet einen 25 GB großen Speicher und damit ausreichend Platz für all Ihre Leseinhalte. Diese können Sie natürlich auch auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC lesen. Ihre E-Books lassen sich geräteübergreifend mit bis zu fünf weiteren Lesegeräten synchronisieren. Tolino – Entdecke die Leichtigkeit.